Du hast gesagt, du bist oben, aber bist du gar nicht. Ja, ich bin ja auch tot, Mann. So. Ich bin, ich bin so tot. Welcher Pisse hat mich wiederbelebt? Ich wollte doch sterben. Voll, voll geil, ey. In meinem Real Life. Du bist ganz oben. Ja. Oh. Komm, komm, Granate, komm, Granate. Schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir. Oh, Mist. Komm jetzt. Doch, das ist derselbe Teil der Map, wie wir gerade waren. Nur nicht, dass das vorher war. Geht doch, ey. Wurde auch mal Zeit. Ole. Ging der mir auf den Sack, ey. Erstmal einen Tick-Tack nehmen. Zur Beruhigung, oder was? Genau. Wie viel Geld hast du denn gekriegt? Hä? Ja, so, boah, ey, boah. Erstmal einen Tick-Tack nehmen. Ach so. Für frischen Atem und ruhige Nerven. Schreiben. Weißt du, er ist immer so ein Werbespruch, Rainer, und er hat den Austeil gehabt. Ja. Tick-Tack. Sehr lecker im Geschmack. Frischer Atem. Warum treffe ich diesen blöden Pistar? Ist ja toll. Hä? Darum ist einer. Am besten noch ganz anders sprechen als sonst, Peter. Genau. Oh, ich habe Lust auf Tick-Tack. Ich glaube, ich nehme mir jetzt ein. Hm. Haha, genau. Lecker Tick-Tack. Hm. Das erfrischt meinen Tag ungemein. So, und jetzt töten wir weiter, diese Hurensöhne. Das hätte gut gepasst. Hm, lecker Nom-Nom. Ey, ich renne da jetzt rein. Oh, ich renne da jetzt rein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich renne da jetzt rein. Stipe hat ihn in die Fresse, Leute. Renne da jetzt rein. Aua. Gib mir Deckung. Deckung. Ich gebe dir gleich was ganz anderes. Ach, da war einer. Hab ich genau gesehen. Jetzt renne ich hier rein. Jetzt ist hier gar keiner. Ich wurde gesehen. So, wo seid ihr, ihr Dreckssäcke? Bäm. Oh, da ist jemand. Ich töte euch alle. Jawoll. Hallo. Hängen voll in die Fresse. Da ist noch einer. Hallo. Hallo, du da. Guck mal. Guck mal hin. Nein. Deadblocks. Der schlägt genau hinter der Mauer, der Pisser. Warum baller ich meine Freunde an? Ach ja, stimmt. Ich habe ja alle vorgewarnt, ne? Die hören ja, was ich vorhabe und mache. Ach. Ja, da kenne ich den Trick. Sag einfach immer das Gegenteil. Das ist doch das Gegenteil, dann? Wenn du nach A willst, sag du willst nach D. Ohne Scheiß, das hilft aber nicht immer. Wie geil. Alles klar, dann werde ich jetzt mal C einnehmen. Dann gibt es doch noch so ganz gute, so richtig faire, die dann auch noch nebenbei der Stream gucken und wissen, wo du bist. Die haben die extra zwei Monitore geholt, damit sie dich verfolgen können. Was meinst du, wofür ich den zweiten hab? Super, jetzt hab ich dir nur angepisst. Oh oh. Rote Punkte von überall. Dolby's Around. Ich laufe da jetzt rein. Für Allah. Wieder rein, wieder rein, wieder rein. Komm, renn an mir vorbei. So, ich gehe jetzt mal nach A. Ich töte jetzt gar keinen mehr. Ach so, witzig. Alle schwingen ihr Messer. Wir sind alle im Team. Sag mal, wo seid ihr denn alle? Oh, Samma? Was, oh, Samma? Ja, hat er gesagt, oh, Samma. Was hat der denn jetzt damit zu tun? Hä? Ach so. Wir sind da oben drauf. Direkt bei mir, wo ich war. Hörst du denn, oh, Samma in Ruhe? Jetzt hol doch Granaten hier aus dem Scheißpaket. Lad die Granaten. Jetzt, ja, steck sie schön rein. Okay. Oh ja, steck sie rein. Schnapp! Schnapp du Stimme an. Männlichkeit aktiv. Was ist, seitdem ich hier bin nicht mehr? Was willst du mir denn jetzt unterstellen? Oh, Arschloch im Chat. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Schnell! Ja, sauber, weißt du? Erstmal dran vorbeigeschotten. Granadiert. Oh, fuck. Damit ist er nämlich einfach. Oh nein. Dankeschön. Ich hab mich gemäßt. Men, Öl, Siffy. Ey, kannst du mal für mich wiederzubeleben? Jetzt hab ich hier so eine Scheißwaffe. Aber es tut so weh. Hallo? 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 Wenn ich gegnern Muni gebe, ne? Krieg ich dann Punkte? Natürlich. Wenn ihr gegnern hilft, dann... ...kommst du sogar Bonus-Punkte. Oh, war das ein geiler Kill, ey. Einfach nur epic. Aber ich dachte, die nehmen hier gerade... Ja, die haben sie schon weggenommen, die Affen. Vor allem, wir müssen mal ne Zeit sagen, wie lange wir den Level machen. Acht Stunden. Okay, dann schaffen wir das auch mit den Dingern. Weil, guck doch mal, wie viele Tickets der hat. Tickets sind unten links die Zahlen, die über der Map stehen. Oh Gott, ich seh schon. Auf ins Gefecht. Ich mach euch kaputt. Wo sind die denn hier alle? Oh, schön. Ganz am Anfang. Super. 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 Einfach super, ey. Aber ist egal. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich... ...irgendwo voll weit unten. Ich hab überhaupt keinen Überblick. Aua. Ey. Mist, von hier oben mit der Schrotflinte ist ein bisschen blöd, finde ich. Können wir mal runtergehen? Mal, ich wollte ihn gerade messern. Toll, belegt er mich wieder, damit ich wieder sterben kann. Danke, Peter. Genau, ich muss gucken, dass du unter mir kommst. Jetzt hast du nur fünf Punkte mehr als ich. Komm, geh rein, Manuel. Ich bin dein Schatten. Komm. Bin drin. Komm. Ich klau dir jetzt immer die Punkte weg. Okay. Komm mit. Mist, wo bist du denn eingestiegen? Tja. Du fickst mit den falschen, Peter. Eeeh. Na, wer ist jetzt ekelig? Ich nicht. Weil ich bleib mal hier stehen, weil... Dieses Piepen macht mich total nervös. Wir landen immer Raketen. Toll, hinter mir, danke. Oh, noch ein Tick-Tack. Bam, Junge! Was war hinter dir? Nein, oh. Ich wollte ihn wieder beleben, du. Beleber, du. Beleber, du. Hey, was ist denn hier los? Au, ich find das so geil, dass ich die ganze Zeit Punkte für meine Aufklärungsdrohnen kriege, ne? Ach so, die, ähm, Bewegungsmelder. Na ja. Das ist geil, ne? Ja, das ist richtig cool. Da muss mal eine hin. Da muss mal eine hin. Und... Oh, mein Gott. Der Toast wackelt. Ich bin draußen. Ich dachte, die Mama wäre gar nicht in dem Spiel. Genau. Ah, geht doch. Okay, bin schon. Danke. Bitte, äh, belebe mich, belebe mich. Rechts um Ecke, rechts um Ecke. Boah, alter, der hat mir Mercy gerettet. Ähm, ja. Genau. Toll. Wo bist du? Der Chi-ti-ti-ti-ti, Chi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Chi-ti- Agameister. Und ja, der Schlottern war mit... ...Absicht. Wo ist er denn? Is der im Chat? Ist der im Chat? Ist der im Chat? Ja, im-im Chat. Der... Tüte. Tüte-Gamer. Tüte-Gamer. Der Titten-Gamer. Wir nennen ihn immer liebevoll Tite. Hier ist einer um die Ecke gewesen, glaube ich. Ja, stimmt. Eine Hans-Granate. Oh, ist noch mal eine Granate. Hans-Granate. Oh nein, ich bin noch mal trinken. Oh nein, 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 nein. Das ist immer kacke, weißt du. Denkst du, oh, bist tot, ist das Zeit zum Trinken. Zack, bist wir da. Das kenn ich nur zu gut. Da kann ich dir Lied von singen. Ja, der behinderte Pisser, die sind da oben wieder auf dem Berg, die Affenmenschen. Die Affenmenschen. Guck mal, kennst du? Nein. Affenmenschen. Ich bin in dir, Sebastian. Ich brauche Muni, keine Medizin. Da oben ist einer, geh doch mal aus dem Bild. Ach da, ja toll. Boah, ich sehe tote Menschen, alle auf der Map. Ah, getötet. Oh, jetzt bin ich selber drauf. Ja, Hauptsache liegen drei Medic-Dinger rum, aber keine Muni, weißt du? Boah, der hat voll die Beinsschwangs. Ja, ich habe Level zu heiße. Nein, das rest der alle. Wer denn? Ja, einer, der vor mir her lief. Wow, irgendeiner ist hier gerade hinter mir her und ich weiß nicht, wer das ist. Ich reste jetzt alles, was hier herläuft. Oh Mist, ich wollte den resen. Oh, wie viele da sind. Warte, ich komme mal zu dir Manuel. Ich bin dein Bruder. Oh, jetzt bin ich hier fest. Oh, wieder an irgendeiner kleinen Scheißstufe, ne? Das hasse ich auch immer so. Aber ich bin tot. Oh, Squad-Mitglied gibt richtig viel. Ress mich, ress mich. Fassst du das? Nein. Scheiße. Ich bin jetzt wieder bei dir. Ich bin hinter dir. Kann mal einer zu mir kommen, ich brauche Muni. Aber du brauchst immer Muni. Ja, ich bin auf Sniper wie ein Fettigen. Triffst du keinen oder was? Ja. Na doch. Ihr könnt mich gerne resten. Ach Mist, wer war schon in der Luft? Granate! Legt mich am Arsch, wora kommen die denn alle? Ey, hinter dir, Peter. Geh wieder den Weg zurück, dann riss mich. Achso, ja, warte. Nur, dass ich tot bin. Du war so auch. Wir machen, wer zuerst bei... Ja, ich sag mal 650 angekommen ist. Der hat gewonnen. Dann gehen wir raus. Ja, das dauert viel zu lange hier. Ähm, der hat verloren, Sebastian. Ach, mein ich ja. Für Erster, die wenigsten Punkte hat. Hat gewonnen. Wir haben Gesellschaft. Bleib mal kurz stehen, Manuel. Nein. Oh Mist, raus aus dem Haus. Komm mir mal so vor, als würden die mit... mit dem Megafon rumschreiten. Ich habe hier ein Medikip. Das hört sich echt so an. Oh, jetzt ist der Ungekipp. Alter Schwäche. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, aber... Ey, ohne Scheiße, ey. Ich bin hier voll falsch. Dauerfeuer. Dauerfeuer. Richt mich voll auf. Nein, das will ich da mal hoch und den töten, weißt du? Bam. Munition, wie kannst du das sagen, Muni? Geht doch mit dem Knopf, oder nicht? Ja, du musst den Gib-mal-Muni-Knopf drücken. Ja, ah, hier haben sie es schon hingelegt. Ja, es gibt so was. Gibt es echt? Du kannst es sagen, I'm the Medic! Oder nicht. Dann kriegst du aber keine Muni. Ja, ja, das sagt dann aber zu den anderen auch, steht dann im Chat, dass du Munition brauchst. Ach so. Dann wissen die Bescheid, dass du, ne? Dass du oben bist. Aua, aua! Verdammt! Ja, Chatlese ist immer ein bisschen schwierig im Moment. Lass mich alle in Ruhe! Lass mich alle in Ruhe! Ich will leben! Komm zu mir, wenn du leben willst! Ihr blöden Pisser! Pisse läuft... Na, läuft. Läuft mir aus dem Arsch!